ja super gut ähm so machen wir mal die Schiffe und machen den Rastertürme weg Asthma Asthma, das ist wieder Asthma, Mensch ach schau das ist schlimm, du das ist ärgerlich auch traurig, sehr, sehr traurig oh, da ist dann haben wir einen Turm entstanden, der ist wieder weg he he so, Bäckerei weg Reidefarm weg hmmm ein drückend Reidefarm weg oh Gott, da werden Schiffe da oben gehen, aber das ist ja schlimm kannst du mit deinen Schiffen quasi so nach unten die Türme weg machen, die zwischen unseren Inseln und denen seiner Insel ist? ja, das kann ich probieren damit wir dann dort so eine schöne Linksfahrt haben, damit wir ein bisschen Schiffe reparieren können so, dann kommt mal her, hier Freunde also, wir haben aber gar nicht mehr so viele was? Schiffe ich? ne, ich hab gar nicht mehr so viele ich hab auch nicht mehr so viele ich hab auch nicht mehr so viele das ist natürlich schlimm weil weil hm weg ist ne ich hab schon oh was, der hat den Trommeln gebaut na toll aber die komische Getreidefeldbauter Garten, die ab hier, das ist blöd Meinst du hier unten auch? Ne, das... Ja, da muss man halt mühsam ernährt sich der Spechtvogel. Meinst du? Ja. Was ist denn ein Spechtvogel? Ein Spechtvogel. Gibt es auch eine Spechtforelle? Hm? Auch? Mitunter zu fangen? Gar nicht! Ah! Mit der Superange... Hm? Und dann Superball. Mindestens einem. Äh, die Eins kann ich mal ein bisschen da hin orientieren. Mach hier extra Wege, ich könnte die alle für ihn wegen. Es sieht schön aus. Die sich hier so in ihren Riegen vorrücken. Das Bild, wenn die alle gleichzeitig auf genau ein Feld schießen, haben die alle eh mal geschossen und müssen quasi nachladen. Ja, das stimmt. Warum denn so weit vor? Warum denn nicht vor? Wo sind die... Hm? Lasst euch doch nicht zu allem... Äh... Wo sind die drei hin? Ach, ich hab die zugewiesen zur Zwei. Na toll. Bei mir ist hier grad ein Gansbataillon draufgegangen. Was? Naja, ich komm hier nicht an die Türme ran, weil die immer nur einzeln schießen können. Aufgrund der zielten aus, diesen Dann Ehnmarin da mit... ... Lat, ... Gebiets. Zürich, die zugewiesen, das ist alles so verwusstet hier. Aber wie hieß es immer so schön, die Quid pro quo. Wurst. Wieder Wurst. ja auch ein fluss mensch fluss ist eigentlich die geilste abwehr die es gibt so ja das stimmt weil wenn du dort ne bauen kannst kommst du dort ja nie drüber das ist eigentlich richtig geil voll fett und so auch eigentlich nur dort kleine brücke abreißen auch hier baut er immer wieder neue türme aber die immer wieder zu so kommen wir denn eigentlich mit Infrastruktur brauchen wir alles nicht mehr als zu dann ist sowieso geschichte das kann auch eine Leerung abgeschlossen dann lange nicht überprüft wir wollen wir hier noch die hübschen Einheiten zu den treiben Partie jetzt machen wir den Turm und dann ist es weg hier ja ja das geht schnell jetzt Mist jetzt kommen wir wirklich in die Meere rüber doch jetzt hat er jetzt hat er abgerissen jetzt kommen wir natürlich auch schön ran die die Brücken auch weg aber macht er ja gar nicht die vier die vier die vier müssen u genau wir können we jetzt Prüft eure Handelsrouten. Und die 2 macht wieder das und die 4 fängt hier unten, alter Becker ein und Ende. So, die 3 hat natürlich hier keine Brücke mehr. Kann sein, dass das hier alles unzerstörbar ist oder warum kriege ich das gerade nicht da an? Was willst du denn da an? Hier, das ist ein Turm dort unten an dem Zipfel, wo er sich wieder angesiedelt hat. Du musst erst die Bahn wegmachen. Unzerstörbar. Zumindest die eine. Oder der baut die immer gleich wieder neu. So schnell und so viel? Könnte sein. Wart mal weg hier. So, wir haben mal die 2, kommen wir da 2 dort drüber, ja. Wir bringen mal die 2 jetzt da an und dann muss die 1 hier oben alleine und so. Wir haben mal ein paar Schiffe. Ja, eh ein Turm werden sie erschaffen, ne? Ja, komm, der ist weg. Überprüft eure Handelsrouten. Meine Handelsrouten laufen doch. Hoffe ich mal. So, jetzt weiß, wie der da. Ja, muss man das mit hier anfangen. Da anfangen. Nee, komm ich denn da über gar nicht. Jeden komm ich dann durch, ne? Ja, dann machen wir das. So. Jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen... Hast du inwieweit bist du mit dem Turm? Ah, ich ist ja alle weg. Ja, ja, Turm ist schon. Aber es sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Da schickt man erst mal das Schiff und das Schiff. Hallo? Die beiden kommen jetzt... zu der Werft. Tu die Werft. So, du die Werft. So, dann wollen wir noch ein bisschen... an der alle... Oh, ein Schiff wurde repariert, das höre ich gern. Cool. Ah, hier ist auch wieder so ein unsterbliches Haus. Ein unsterbliches... wo? Guck dir das mal an, dort ist das... äh, eine Siedlerhause, was ich schieße. Hm. Nee. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Ja, aber doch nicht mit zehn Schüssen normalerweise. Ja, bei dir vielleicht schon. Warum? Wissen wir? Ja, da sind viele. Lüft, eure Handelsrouten. Normalerweise reicht ein Schuss von allen auch. Hm, ja, nee. Oh. Yeah. Äh, das hat sich Anno gerade verabschiedet. Mitsehen und uns wieder gleich. Na. So. Na, sind wir wieder mal wieder, wieder da. Wie soll ich mal sagen, Anno ist heute etwas zickig. Aber was soll man machen, ne? Ist ja... nicht so schlimm, oder? Oder doch? Na ja, es geht. Ja. Ihr kriegt ja davon sowieso wenig mit. Ja, ihr kriegt gerade mal mit, dass ich sag, hey, es ist weg. Okay. Ja, ähm, ich schiebe. Na, die sind ja auch schon ganz schön an den Anno vielleicht. Ja, meine auch. Deshalb, äh, erst mal hier. Taktisches Kampfhäuschen. Einer hat sich zur Reparatur euch geschickt. Was denn die da ist? Ach, da oben stehen die. Ja, wo stehen die auf der Hälfte der Strecke?